Ich habe klipp und klar gesagt, dass ich in der kommenden Saison Gladbach-Trainer sein werde, sagte Hacking auf der Pressekonferenz am Freitag und meinte in Richtung des HSV, die haben doch einen guten Trainer. Punkt, 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 Punkt. Ich finde es Wahnsinn, was in der Bundesliga gerade passiert, wie viel da spekuliert wird. Mit Blick auf Gladbachs Gastspiel bei Schalke 4 Uhr morgens Samstag, 15,30 Uhr, Sky bezeichnete Hacking den Kampf um einen Europa-Pokalplatz derweil als zunächst zweitrangig. Punkt, 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 Punkt. Wir wollen morgen ein erfolgreiches Spiel bestreiten, mehr zählt für mich erst einmal nicht, sagte der 53-Jährige. Die deutlich entspanntere Personallage könne dabei helfen. Punkt, 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 Punkt. Ich will für mich die Bestätigung, dass meine These stimmt, dass es anders gelaufen wäre, wenn wir die ganze Saison über den kompletten Kader zur Verfügung gehabt hätten, sagte Herr King. Punkt, 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 Punkt. In dieser Spielzeit wohl nicht mehr zum Einsatz kommen wird Fabian Johnson. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Fabian konnte das Programm zwar zuletzt steigern, aber war schon sehr lange raus, sagte Herr King über den Amerikaner, der wegen Rückenproblemen seit Wochen fehlt. Punkt, 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 Punkt. Der 21-Jährige war zuletzt an Zweitligaspitzenreiter Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, wo er in 28 Pflichtspielen fünf Tore erzielte. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt Untertitelung des ZDF, 2020